Basel im Winter. Kaum Schnee, keine Berge und der Eingefriert auch mehr. Basel? Wintersport-Ghetto nur ein Eis. Sie haben die Schnurren, dafür ist es sonst saugeil, du! Aber der war Wintersportler lässt sich auch seligen widrigen Unstände nicht bodigen. Ich wusste eigentlich schon immer, was ich für den Wintersport geboren bin. Ich meine, bis er mit einem Backside-Echt aus der Gebärmütlerin rausjumpt. Du fäckig, versteht sich. Aber dann musste ich merken, scheisse, keine Schnee. Und so musste ich halt meine eigene Wintersportarten kreieren. Angefangen habe ich mit dem Sandiglaus Basel. Sandiglaus, du Christus! Ebenso, du magst du in eine kleine Maidle, du! Ichwärme ein bisschen mitiner Scheisse! Ja, sonst kam ich meistens zu mir zum Heim. Aber heutzutage kommt natürlich kaum mehr Sandiglaus Freiwillig zu mir ab. Mit meinem Schiff, ich bin nicht mein Schiff, muss es in der Natur empfangen. Sau! Affengeil. Die Leute fragen mich häufig, warum man keine normalen Wintersportarten betreiben wie alle anderen auch. Lawinen surfen und so. Ich meine, ich würde ja gerne, aber ich darf nicht aus Basel weg, muss man jeden Tag bei der Vormundschaftsbehörde und melden seit ich 18 bin. Ich bin halt als Kleiner mit den FCB-Hooligan zu ziehen und ab und zu einem Zirchen der Rechen einfach gestoppen. Was immer sehr mässig gut einfräst, ist extrem Geherzen ziehen. Ich meine, du hast immer gerne Geherzen gezogen. Ich bin ein ziemlich sinnlicher Typ. Aber was habe ich mir angehört bei dem? Ist doch blöd erwartet. 60x, 70x, innen und drausen, wieder Zeugs? Da muss man an Grenzen gehen. Schnelligkeit und Präzision. Und zwei! Und zwei! Schau immer hin. Und rechts oben. Und noch einmal. Voll fett, ey! Vorhin hatte ich mal einen Koppel an, der Dave. Jetzt habe ich mein zweites Santiglaus gewaschen. Aber dann hat der Dave Kofel gekratzt bei meinen Zapfen schlucken. Die Disziplin machen sowieso nicht mehr. Es gibt nicht mehr so richtig. Ja, im Winter ist es immer sau kalt. Da gefriert alles, auch der Hund eine Gacke. Jetzt bin ich auf die Dave mit dem Golf spielen gekommen. Oh! Was ich einfach saumässig beschissen finde, ist, dass ich null Anerkennung oder Sturz bekomme von meinen Sportarten. Ich meine, ich habe nur meine Eiffel und ab und zu den Santiglaus gepästchen ein bisschen etwas raus. Aber vielleicht bin ich einfach zu vielseitig für den Sponsoren Fuzzis. Nächstes Jahr setze ich alles auf eine Karte. Adventure Krankwerdding. Ich meine Kirasche. Ah! Das ist jetzt etwas Adventure Krankwerdding. Man weiss nie, was man für einen Kranken bekommt. Ist also überhaupt nicht schlecht. Ziemlich fieberige Träume, Magenkrämpfe und Krankwerd. Und null Halsschmerzen. Ich bin recht zufrieden das mal. Und ich kann mich spitzen vorbereiten jetzt mental auf Weihnachten auf Vollkontakt-Bruzzi backen und heiss mit Geschenke im Duschen.